Ich tauche mit uns ein in meine Welt der professionellen Fotografie. Ein gutes Foto ist für mich mehr als nur auf den Auslöser zu drücken. Es ist die Liebe zu den Menschen und die Leidenschaft, ihnen im Shooting zu zeigen, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Meine langjährigen Erfahrungen als Fotograf haben mir gezeigt, wie viel Schönheit in den Menschen verborgen ist, obwohl sie sich selbst meist ganz anders wahrnehmen. Jeder Mensch ist schön und hat eine Seite, die auch ihm gefällt und meine Aufgabe ist, genau diese zu finden und festzuhalten. Eventuell fühlst du dich vor der Kamera nicht wirklich wohl. Glaube mir, wir kennen das. Aber es ist unsere Aufgabe, genau die Stimmung zu schaffen und dir die Unterstützung zu bieten, um deine Schönheit zu zeigen. Jedes Foto mit Ihnen ist einzigartig. Jedes Foto mit Ihnen ist einzigartig. Unsere individuelle Bildbearbeitung macht Ihr Bild zu einem beeindruckenden Kunstwerk. Nicht, dass wir das bei Ihnen müssen, sondern es können. Ich möchte meine Kunden begeistern, liebe es, neue Leute kennenzulernen und stelle mich der Herausforderung, auch deine Momente für die Ewigkeit zu erschaffen. Es macht mich glücklich, nach dem Shooting in die staunenden Augen der Menschen zu sehen, wenn sie sich selbst auf ihren Fotos sehen. Ich finde es toll, wenn sie den Betrachtern ihrer Fotos die Möglichkeit geben, genau an diesen für sie so speziellen Momenten teilzuhaben. Jetzt ist deine Zeit. Mache deinen Traum wahr. Buche heute dein Traum-Shooting. Mache deinen Traum-Shooting. Mache deinen Traum-Shooting. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020